Drauf! Noah, raus! Lauf! Noah, lauf doch! Komm mal ran! Torwart, Torwart! Torwart, rauf! David, David, nimm den Ball und geh durch! Könnt ihr mir noch ganz kurz sagen, was ist denn das Tolle am Fußballspielen? Macht euch das Spaß? Dass man das immer gewinnt. Gewinnt ist das Wichtigste. Und du? Wenn man dann mit so vielen Freunden spielt. Und man Freunde kennenlernt. Würde ich auch sagen. Viele Tore schießen und Pokal holen. Und dann geht's nach Hause. Feiern!